Hier ist der Spiegel mit der Lage am Dienstagmorgen. Heute geht es um die Frage, was Markus Söder in seinem Berufsleben noch so vorhat. Wir beschäftigen uns mit dem Kanzlerbesuch in Ghana und wir schauen auf die Morde, mit denen der Krieg in Nahost begann. Spiegelredakteur Christoph Hickmann hat diese Lage geschrieben, am Mikrofon ist Olaf Heuser. Söders Karriereplanung Markus Söder will sich im Bayerischen Landtag heute wieder zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Damit lässt er sich in jenem Amt bestätigen, dass er seit gut fünfeinhalb Jahren inne hat. Es ist ein paar Jahre her, da war Söder der Meinung, man soll die Amtszeit des bayerischen Ministerpräsidenten auf zehn Jahre begrenzen. Offenbar ist er nicht bei seiner Meinung geblieben. Jedenfalls hat er Anfang des Jahres mal durchblicken lassen, dass er womöglich doch bereit wäre, über 2028 hinaus weiterzumachen. Vorher könnte jedoch eine andere Frage anstehen. Sie erinnern sich ans Jahr 2021? Damals hieß der CDU-Vorsitzende Armin Laschet. Aber es gab erhebliche Zweifel, ob er einen guten Kanzlerkandidaten abgeben würde. Markus Söder teilte diese Zweifel, hatte allerdings keine daran, dass er selbst ein hervorragender Kandidat wäre. Es kam zum Machtkampf. Laschet setzte sich durch. Mit ihm an der Spitze wurde der Bundestagswahlkampf zum Desaster für die Union. Am Ende verlor sie nach 16 Jahren das Kanzleramt an Olaf Scholz. Und diesmal heißt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Aber in seiner Partei wie auch der Gesamtbevölkerung gibt es erhebliche Zweifel, ob er einen guten Kanzlerkandidaten abgeben würde. Von Lagos nach Accra. Der Bundeskanzler setzt seine Afrika-Reise fort. Heute ist er in Ghana zu Gast. Auch hier wird das Thema Migration eine Rolle spielen. Allerdings eine deutlich geringere als bei seiner vorigen Station Nigeria. Stattdessen steht diesmal ein anderes Thema im Vordergrund. Es geht um Sicherheit. Spiegel-Kollegin Marina Kombaki begleitet ihn auf der Reise und schreibt, Westafrika hat zuletzt eine dichte Abfolge von Staatsstreichen erlebt. Mali, Burkina Faso, Niger. Militärs putschten und entmachteten demokratisch gewählte Regierungen. Im Kanzleramt sei die Sorge groß, dass auch die wenigen verbliebenen Partner Deutschlands in der Region in den Sog aus organisierter Kriminalität, Terror und Autokratie geraten. Ghana ist bei allen Schwierigkeiten so ein Partner. Bei seinem Besuch in der Hauptstadt Accra will Scholz auch mit Studierenden sprechen. Er dürfte versuchen, sie für eine Karriere in Deutschland zu begeistern. Schließlich fehlen dort Fachkräfte. Da schließt sich dann der Kreis zum Thema Migration. So schnell dürfte der Kanzler es nicht mehr loswerden. Shani Luke ist tot. Die Junge von der Hamas verschleppte Deutsche. Bis zuletzt hatte man gehofft, sie könnte noch am Leben sein. Gestern bestätigte die Familie den Tod der jungen Frau. Sie wurde 22 Jahre alt. Die Terroristen hatten sie von einem Tanzfestival verschleppt. Auch heute werden wir wieder fürchterliche Nachrichten aus dem Gazastreifen lesen und hören. Dort geht der Krieg weiter. Menschen leiden, bluten und sterben. Aber wir dürfen nicht vergessen, womit dieser Krieg begonnen hat. Mit dem Überfall auf unschuldige, wehrlose Menschen wie Shani Luke. Die israelische Armee damit ist zu rechnen, wird heute ihre Bodenoperationen im Gazastreifen fortsetzen. Was sonst noch wichtig ist. Bis zu 5000 Menschen haben sich in Mexiko auf den rund 3000 Kilometer langen Weg Richtung USA gemacht. Sie hatten monatelang auf Visa gehofft. Für US-Präsident Joe Biden kommt die Protestaktion wegen der US-Wahlen im kommenden Jahr zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Zehn Jahre spielten sie in der Kult-Fernsehserie Friends an der Seite von Matthew Perry. Nun haben sich Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer zu seinem Tod geäußert. Und bitten um Zeit, ihren Verlust zu verarbeiten. Der argentinische Weltmeister Lionel Messi wird mit einer weiteren Trophäe ausgezeichnet. Er hat beim Ballon d'Or zum achten Mal die Auszeichnung zum weltbesten Fußballer gewonnen. Deutsche Profis spielten keine Rolle. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.